Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch und zwar nach wie vor aus dem wunderschönen Erfurt. Ich bin die Elli, Apothekerin, ja und ich kann euch wirklich bekannt geben, dass ich eine der fünf Finalisten bzw. Finalistinnen bin, die im September nach Berlin in die Hansa Studios reisen dürfen. Ich bin überglücklich, ich bin mega happy, bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, den Arbeitsweg nutze ich unheimlich gerne, um meine Lieder zu üben, ganz viel zu singen, ganz viel zu trällern. Also wenn ich irgendwann mal geblitzt werde, dann wahrscheinlich in voller Aktion. Aktion ist auch schon ein gutes Stichwort. Mein Mann und ich, wir haben ja unsere gemeinsamen Band Aschegrau. Wir waren jetzt letztes Wochenende in der Nähe von Hamburg, durften dort eine wunderschöne freie Trauung begleiten, musikalisch umrahmen. Jetzt am Wochenende geht es schon wieder nach München, auch zum Singen und Musizieren. Ja, ich freue mich mega auf das Wochenende, ich bin richtig gespannt. Ich freue mich auf die vielen neuen, netten Menschen, die ich dort kennenlernen werde, darauf wirklich an meiner Stimme intensiv zu arbeiten, noch ganz viel über mich herauszufinden. Ich bin super gespannt, wie es in diesen riesigen Studios sein wird. Und ja, wir sehen uns, ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.